Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnaudim zum mittlerweile 51. Part von Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Weiter geht's direkt hier zur nächsten Geschichtswendung auf einer Insel, die doch einen sehr amüsanten Namen trägt. Ja, die da den Namen trägt. Kugowai Island, ja, so wie jemand spricht ausgeschrieben. Die werden wir in diesem Part besuchen. Auf geht's mit der Geschichte. Zack, da geht die Geschichte weiter. Habt ihr sie gefunden? Ja, und Hapo ist jetzt die neue Inselkönigin. Na, das ist doch wunderbar. Da würde sich ihr Großvater aber freuen. Sie wird sich für ihren verstorbenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss ja auch mein Bestes für meine Mutter und Wäldchen geben. Und wir kennen nun auch unser nächstes Ziel. Kugowai Island, ja, hier seht ihr es nochmal. Kugowai Island, scheinbar nicht Kugowai Island, sondern Kugowai Island. Kugowai Island. Ach, ihr meint, wo sich die Flüte befindet? Ja, das wollte ich sagen. Naja, die Inselkönigin habt ihr ja schon getroffen. Und da Captain von Pony gerade nicht da ist, könnt ihr die Prüfung für die Inselwanderschaft für das erste eh nicht ablegen. Also gut, dann ab an Board mit euch. Mein Schiff, die Carpador, bringt euch ganz gemütlich ans Ziel. Mein Schiff heißt ernsthaft Carpador? Die Carpador. Okay, ein Gundelschiff, scheinbar. Okay, es gab keine Animationen fürs Schwimmen. Es gab keine Animationen für die Übelüberfahrt. Bei uns ist uns vielleicht übel geworden. Bei der Übelfahrt. Und so, da wären wir endlich Kugowai Island. An diesem Ort wurden früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Naja, viel Glück euch beiden. Dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Flöte. Ich glaube langsam, verstehe ich, dass Trainern, die N-Pokémon an ihrer Seite haben, nichts im Weg steht. Der lacht geräuschlos. Ja, dann suchen wir mal hier die zweite Pokéflöte für das legendäre Pokémon. So sehe ich dich zumindest, Zwergenföst. Und auch Tadi und Harpo ebenso. Okay, das habe ich jetzt überblättert. Ich weiß gar nicht, wie sie mich sieht. Aber das hat sie mir vermutlich schon zehnmal gesagt. Ich habe so eine Ahnung, was sie da gesagt hat. Ihr konntet es ja vielleicht lesen. Was? Irgendwie das Pokémon? Ah, Zwergenföst! Okay. Ein wildes Pokémon greift aus dem Nix an. Oha, es ist ein Kokowai. Ein Kokowai wild erscheint. Na, das müssen wir uns doch fangen. Guck mal, das passt nicht mehr auf den Bildschirm drauf. Ein Kokowai Level 40. Es ist so groß, dass es nicht auf den Bildschirm drauf passt. Doch, jetzt. Jetzt nicht mehr. Na, das sind sehr effektiv die Attacken. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich das Ding fangen will. Oh, sehr knapp. Jetzt ein Ball. Pokoball, Superball, Nestball, Heilball, Tauchball, Flattball, Finsterball, Netzball, Superball, Luxusball, Wiederball, Meisterball. Womit fängt man denn so ein riesiges Pokémon ein? Mit einem Meisterball auf keinen Fall. Das will ich nicht vergeuden. Hm, mit einem Netzball würde ich es vielleicht mal versuchen. Netzball. Sack. Eins. Zwei. Drei. Ja, ist klar, wie soll denn so ein riesen Ding auch in dem Pokoball Platz haben? Wie soll denn sich das dort drinnen zusammenfalten? Los, letzter Hyperball. Hyperball. Nein, so heißt es bestimmt nicht. Heißt Hyperball. Und, ja. Kokoball gefangen. Wobei, ist die Vor-Entwicklung. Sind wir der schon mal irgendwo begegnet? Okay. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht irgendwann mal aufspehen. Hab ja irgendwann mal trainiert. Okay. Eine Pose. Oha. Ich lache mich tot mit deinem Kopf. Irgendwann können wir es vielleicht gebrauchen lassen. Kokowai. Das war ein Kokowai, oder? Hast du gesehen, wie groß das war? Das muss an dem Klima hier in Alola liegen. Okay, wir haben uns ein riesen Kokowai gefangen. In die Alola-Form von Kokowai. Und weiter geht's. Haben wir es unserer Sammlung ergänzt. Wir müssen ja den Pokowai irgendwann mal vollfüllen. Hm, es regnet ja. Und wir haben auf jeden Fall ein Nachkommen für ein Teammitglied, falls das mal sterben sollte. Falls mal in diesem Stadium sowas passieren sollte. In Alola regnet es also auch manchmal ohne was. Mein Rock ist etwas nass geworden. Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner früheren Kindheit. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen sangen und tanzten. Das wollte ich dann auch unbedingt einmal machen. Als mich meine Mutter im Regen tanzen sah, lief sie ganz ehrlich nach draußen, ohne dabei an einen Regenschaum zu denken. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Wir holten uns dann ja natürlich beide eine Erkältung. Sie ließ mich bei sich im Bett schlafen. Ich war so glücklich, dass ich sie mehrmals aufweckte, weil ich es kaum glauben konnte. Aber irgendwann veränderte meine Mutter sich dann. Sie hatte plötzlich nur noch die Ultrabeste gesehen. Müll und Müllchen. Sie musste beide so schrecklich leiden und ich konnte nichts tun. Aber weißt du, was zu einem Fürst? Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir. Du zeigst mir immer und immer wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Wölkchen wurde angegriffen und ich konnte nur tatenlos zusehen. Und auch im Ätherparadies. Ich konnte nichts tun, außer darauf zu warten, von dir und den anderen gerettet zu werden. Wenn immer ich in Schwierigkeiten stecke, bist du zur Stelle. Sag mal, Zwergfürst, weißt du denn schon, was du tun willst, wenn deine Inselwanderschaft vorbei ist? So. Hm. Wahrscheinlich wird es mit einer anderen Edition weitergehen und ich werde eine alte Edition spielen. Aber, hm, keine Ahnung. Das beruhigt mich ein wenig. Selbst jemand wie du ist dich also nicht immer bei allem sicher, Zwergfürst. Das ist richtig. Ich bin mir weit aus nicht bei allem sicher, was ich mache. Weit aus. Ich denke, ich möchte auch gerne ein Trainer werden. Und mit dir auf Reise gehen, Zwergfürst. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen. Ich hatte mir jetzt etwas Tiefgründigeres erwartet, als das ist ein gutes Omen, als Ende dieser Gesprächsrunde. Die doch ziemlich berührend war. Oh, da ist sie wieder. Ich darf wieder mit dir sprechen. Da ist doch die goldene Flöte. Die Sonnenflöte. Zwergfürst. Die Sonnenflöte. Die Sonnenflöte. Und wir damit wirklich das legendäre Pokémon beschwören können, weiß ich nicht. Aber einen Versuch ist es wert. Vielen Dank, Zwergfürst. Los gehen wir wieder zum Oberhaupt des Seevolks und fahren zurück nach Pony. Ach, die Insel war quasi nur für diesen einen Dialog und für eine Pokéflöte gemacht. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Von Kokowai-Eiland. Da konnte ich wesentlich nur ein Kokowai auf einem Eiland fangen. Und ein bisschen Romantik mit Holiday haben. Ach, das war es auf alle Fälle wert, würde ich sagen. Da wären wir wieder. Ihr geht jetzt zum Podium, um die Flöte zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Pony ist vergleichbar mit einer Prüfung und die Natur ist ihr Käpt'n. Er ist nicht weit von Harpus Haus entfernt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wäre gerne länger dort geblieben und hätte es noch ein bisschen mit Lili geflirtet. Noch ein wenig Romantik kann auch mal nicht schaden. So, Pokémon haben nichts abbekommen. War ja nichts. Können wir weiter. Um einen meiner Lieblingssänger zu zitieren. Ich wäre gerne länger dort geblieben. Doch die Gedanken kommen und fliegen. Und das passt an dieser Stelle. Wunderbar. Denn es ist alles so in meinem Kopf. Och, wie alt ist dieses Lied schon? Och, stimmt ja. John hat ein bisschen was abbekommen. Na ja. Wird schon wieder. Ich kann ja mal ein paar Tränke einsetzen und ein paar Beleber und dann wird das wieder. So, ich bin wieder vollständig geheilt. Lea war noch von Dannen gegangen. Und Lea haben wir noch ein Sonnebonbon gegeben, was wir im letzten Part, glaube ich, erhalten haben. So, ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir. Angeknackste Moderationsart. Was ist das? Es gab schon bessere Parts. Oh, ein Pelika Level 40. Ich brauche keinen Peliker. Die nerven nur. Danke. Aber an allen Danke. Kein Bedarf. Wirklich. Immer noch kein Bedarf. Nein. Muss nicht sein. Danke. Ich nehm den Schienen ab. Muss nicht. Der Koch, den wir besiegten. Zack. Da wären wir wieder. Und da gehts weiter zum Podium. Wo wir sehr bald schon... Ach ne. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das bereitet mir Krampfadern. Auf der Stirn. Team Skull. Wollte gerade sagen, wo wir aber jetzt... Das legendäre Pokémon beginnen. Aber erstmal müssen wir durch Team Skull durch. Ich hatte die schon fast vergessen. Da tauchen sie schon wieder auf. Was wollt ihr von Team Skull denn alle hier? Wir haben hier auf euch gewartet. Jo. Jemand von der Äther Foundation hat uns da nämlich was gesteckt. Ihr wisst angeblich, wie wir unseren Boss Bromley retten können. Also spuckt schon raus. Lasst die Infos rüber wachsen. Wie ich euch kenne, muss ich die Infos mit Gewalt erst aus euch rausrörecken. Macht euch schon mal auf die fesen Schmerzen gefasst. Natürlich müssen sie schon mal gegen uns kämpfen. Man kann das nicht friedlich klären. Man muss einfach erstmal auf Kampf gehen. Ich kenne das Goldröpel vor, das liegt heraus. Wunderbar ein Pokémon. Ein Imantis. Muss das jetzt sein? Das ist doch einfach nur noch Zeitverschwendung. Ich glaube mittlerweile kriegt das sogar fast hin. Ganz alleine. Im Alleingang. Fast alleine. Ich glaube sogar nicht nur fast. Das ist jetzt nicht sonderlich eine Herausforderung für Leer. Ich sag am besten einfach gar nichts mehr dazu. Alles was ich irgendwie, irgendwann zu Team Skull hätte sagen können oder so, habe ich bereits schon erwähnt. Muss ich gar nicht mehr sagen. Die Kurzzusammenfassung es nervt. Diese Schmerzen. Sogar mein Herz tut weh. Zwangfest gewinnt. Zwangfest gewinnt 1408 Puken Dollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen... Ach kommt. Lass stecken. Team Skull ist es wirklich nicht wert. Das hat echt weh getan. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nicht die. Nicht Franto und wieder. Unsere gesamte Ring an Pokémon kriegst du jetzt auch noch ab. Wir geben 200% wenn wir Bromel damit retten können. Auf jeden Fall. 200%. Eine Mathe-Schwäche habe ich auch noch. Nicht dass ich mich über Mathe-Schwäche lustig machen würde. Ist nichts worüber man sich nicht lustig machen könnte. Ich habe selbst eine kleine Mathe-Schwäche. Für die die es nicht wussten. Das hat mich noch nie von Jürgen weit abgehalten. Außer von Mathematik. Ich bin halt ein bisschen schwach in bestimmten Gebieten der Mathematik. Ich habe nur eine leichte Mathe-Schwäche. Scheinbar haben die aber keine Mathe-Schwäche sondern einfach nur... Knall in der Birne. Ein Riss. Ein Riss in der Leitz-Zentrale. Was? Wie viele Pokémon hat der denn? Fünf Pokémon. Ein Team Skull-Rüpel. Wir werden heute Zeugen eines großartigen Phänomens. Ein Team Skull-Rüpel. Der wirklich mal ausnahmsweise ein bisschen mehr drauf hat als nur Zahnbelehrt. Die Sache. Ein bisschen. Nicht viel. Ein bisschen. Nicht viel. Freut mich auf was tun. Ist hier sogar ein bisschen was zu tun für Jürgen. Scheint mal einer. Um was drauf zu haben. Halbwegs. Wir reden von Team Skull. Da kann was drauf haben. Auch nur... Ungefähr Niveau... Zwei oder drei sein. Weil Team Skull generell Niveau Null ist. Sondersensor. Das war schon immer eine gute Attacke. Für Koyotsu. Gegen... Doppelteam. Wieso hat Skull eigentlich immer noch die Attacke Doppelteam? Wie konnte denn das passieren? Nein, ich möchte weiter kämpfen. Radikalisch. Ok. Drei Pokémon noch. Das dürfte scheinbar ein bisschen dauern. Aber wie kriegen wir es trotzdem hin? Ich bin jetzt völlig überrascht. Und wie kommt das zustande, dass ein Team Skull-Typ jetzt Stärke beweist? Wow. Das Spiel hat mich... doch noch... überrascht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Gasteller. Ok. Ja, damit... Ach, das kennen wir doch. Gasteller. Ja. Ok. Ja. Dürfte jetzt nicht so effektiv sein. Nur war zu erwarten. Bram, 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 Bram. Meine Güte. Ich komme gerade nicht überall weg. Das Team Skull doch was auf dem Kerbholz hat. Ne, Kerbholz ist was anderes. Kerbholz hat... Team Skull sowieso. Und was auf dem Kerbholz hat. Team Skull sowieso. Und was auf dem Kasten hat. So war das Sprichwort. Sorry. Ist schon ein bisschen spät. Jetzt mal... Das ist ein... ein Apollo. Supi. Leider nicht lange... unser... Kampfpartner... gewesen. So. Ihr merkt schon, mir fällt es wirklich mittlerweile schwer... Worte zu fassen. Ich bin einfach... komplett weg. Durch die Tatsache, dass Team Skull irgendwas kann. Wir haben doch schon 200% gegeben. Kann man noch mehr ins Zeug legen? Zwangfest gewinnt 1.408 Pokodollar. Na, wenn das kein Kampf war. Ein sehr überraschender Kampf. Habt ihr halt verloren. Aufgeben tun wir trotzdem nicht. Wir sind schließlich Team Skull. Schalt mal den Gang runter. Schlechte Verlierer sind sowas für lahm. Das sind die Hose. Nein, ich weiß wie es nicht befreuen. Und du... Lenni... Bist du wirklich bereit für das, was du vorhast? Eigentlich sollte ich mich für all die Dinge, die ich dir angetan habe, entschuldigen auch wenn ich ja eigentlich nur die fehle von präsidenten ausgeführt habe aber ich denke für so eine entschuldigung ist es jetzt zu spät die sache mit bromley ist die er mag der präsidentin er mag sie wirklich sie ist die einzige erwachsene die ihn schätzt und auch ernst nimmt sie ist mutter ist egoistisch sie hat nur liebe für die übrig die sich so verhalten wie sie es sich wünscht aber ich werde sie retten es gibt da etwas was ich ihr unbedingt sagen muss und bromley kann ich dabei auch noch retten auch wenn es mir schwer fällt ach kindchen irgendwas an die erinnert mich an die präsidentin irgendwas tief in dir drin die ähnelt euch zwar charakterlich überhaupt nicht aber die leidenschaft die in dir brennt ist dieselbe du bist bromley nichts schuldig und du musst ihn nicht retten aber wenn er verschwunden bleibt kann er sich nicht für all die dinge verantworten die er verbrochen hat was habe ich da gerade gehört dass fran rechtschaffend werden will und du zwerg fürst du scheinst kein gewöhnlicher junge zu sein du kannst du dich nicht nur gegen tier skull zur wehr gesetzt sondern auch gegen die äther foundation und ihre dunklen machenschaften das macht dich zu einem ganz besonderen punkten trainer dass du dass du mir schön und kleine prinzessin hier beschützt okay hier dieser zettkristall ist vom typ gift sie ihn als eine art entschuldigung team skull entschuldigt sich bei uns in dieser part ist komplett voller überraschungen ich bin es wird noch die nächsten parts weitergehen du erhältst den zettkristall toxium zett toxium zett wurde in der zettkristalltasche verstoppt übrigens zwangfürst den stein aus dem den zettkristalltasche verfolgt hast du von kapuriki persönlich bekommen oder gibt auf jeden fall gut darauf acht oder pokémon gebe es keine trainer vergiss das nicht sonst siehst du mir den zorn der kapuriki zu weil ich mir da gar bei dir keine sorgen mache zeit zu gehen Hm, selbst Team Skull hat so seine Probleme. Danke übrigens, dass du mir immer zur Seite stehst, Zwingenfürst. Dafür heile ich mal eben auch dein Team. Ich bin dir sehr zu lange verpflichtet. Zwingenfürst, machen wir uns auf zum Podium. Zum Canyon von Pony geht es dort entlang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017